Das Spiel ist einfach ne schlechte Kopie von Frutninja! Naja, also erstmal ist kein Spiel wirklich komplett einzigartig. Das Spielprinzip ist zwar ähnlich zu Frutninja! Anstatt Obst fliegen bei uns halt Boxen in die Luft und vom Lebenssystem haben wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen. Aber unterm Strich unterscheidet sich unser Spiel schon stark von Frutninja durch die ganzen Waffen, die Power-Ups, die während dem Spiel kommen und ich glaube auch nicht, dass man in Frutninja das Code-Feld öffnen. Starter eingeben und gratis die Desert Eagle erhält.